Und hier? Ich halte aber nichts von Schicksal. Warum klappst du das hoch? Oh. Oh. Wer ist der? Das ist ein Zahn. Okay. Schau mal, was passiert. Du pustest mich jetzt bestimmt rüber. Oh. Du versperst mir lieber den Weg. Boah. Du. Ach. Arsch. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch auch hier rüber. Naja, das lässt dazu. Oh. 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 Du wartet da drüben auf mich. Oh. Schaut euch das mal an. Cool. Wow. Die riesige Samzara von mir erscheinen. Ja, wenn ich da hingehe, versperrt sie mir den Weg. Shepard? Okay. All dieses Leid. Du musst es nicht weiter ertragen. Nochmal. Nicht alle Rätsel müssen gelöst werden. Hä? Ey, du hast mich hier von einem Rätsel zum nächsten gescheucht. Ja? Also komm jetzt. Nicht von wegen, nicht alle Rätsel müssen gelöst werden. Weißt? Sonst, ne? Du kannst dir die Haare schmieren, Junge. Ist das auch Shepard? Ja. Und Shepard hilft mir. Ja. Der hat ja gesagt, er kehrt zurück, um all denen zu helfen, die nach ihm kommen werden. Das ist schon sehr geil. Das ist schon sehr geil. Da macht gar nichts ab. So, den Anfang kenn ich jetzt auch. Und Samsara ist die Gegenspielerin. Die ist noch, äh, gottesfürchtig. Shepard? Ach! Du hängst da drüben! Okay. Das hatte ich da gar nicht gemerkt. Und jetzt kannst du mir helfen. Ach! Du hängst da drüben! Okay. Das hatte ich da gar nicht gemerkt. Und jetzt kannst du mir helfen. Und jetzt kannst du mir helfen. Na, du machst das instant so. Aber ich käme von hier ran. Ich seh's. I see, I see. Und zwar, wir nehmen den. Knopf. Stellen ihn hier drauf und sagen, flieeg! Er fliegt nicht. Ah, weil wir erst den Kubik brauchen. Weil ohne Kubik fliegt der nicht. Verstanden? Dann machen wir das. Kubik. Flieeg! So. So. Jetzt holen wir uns den Kubik. Setzen ihn hier drauf. Setzen den drüber und sagen, flieeg! Wunderschön. So. Und können jetzt das verknüpfen. Und Samsara kann nichts machen. So. Es ist so cool. Es ist einfach so cool. Diese Welt ist unsere Heimat. Wenn du gehst, wird der Sturm sie vernichten. Es wird keinen Weg zurück geben. Äh, das kann ich jetzt nicht ändern. Ah, warte. Da ist der Hykser Eder. Also, mein Kubik. find ich nicht mehr nicht. du musst ihn denn sehen. Ich guck mal. Ok, wo auch immer der jetzt hingeflogen ist. Aber der hat mir weit genug geholfen, als dass ich erst mal weiterkomme. Das brauchst du nicht. Das reicht nicht. Okay. 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 Huh? Okay. 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 Ja, man hat jetzt Zeitdruck. Na komm, wir sprühen mal zurück. Du musst immer ganz von vorne anfangen. Du musst immer ganz von vorne anfangen. Ähm, ja, also ehrlich gesagt dachte ich, dass ich jetzt hier ganz fix durchkomme, aber es klappt nicht so ganz. Einen Versuch mach ich noch. Einen noch. Also man muss, denn man darf hier quasi nicht nachdenken, sondern einfach machen. Und das möglichst fix. Das heißt, wir rennen hier überall hin. Und hoffen, dass auch Shepard rennt. Vereil dich Shepard, der Sturm kommt. Auf geht's. Was war Unsinn. Wie war das mit übereilen und machen keine Fehler? Wir erreichen uns. Was war unsinn. Wie war unsinn. Wie war unsinn. Wer weiß nix.